Und wir sind live! Einen wunderschönen guten Thanksgiving-Abend, liebes Deutschland! Ja, liebes Deutschland schläft schon. Die ganze Familie ist da, da im finsteren auch hier. Ja, wir hatten heute Thanksgiving und einen wunderbaren Truthahn und ganz tolle Cornbread und Green-Bean-Casserole und leider ein Corn-Pudding, der auf dem Boden gelandet ist. Aber das Wichtige ist, der Truthahn ist erledigt. Das heißt, Weihnachten hat offiziell begonnen. Was heißt? Schwing! Das hier ist unsere Straße. Hier ist die Straße. Da ist meine Tochter. Da ist noch mehr Straße. Und ihr seht, da hinten ist die andere Tochter, die den Mond anstarrt. Und unser Haus hat Weihnachtsbeleuchtung. Haha, take that, neighbors! Ich schalt mal um hier. Momentle. Ich bin hier wieder. Nein, ich bin nicht mehr da. And that's just the start. Nächstes Jahr ist dann noch bunter und noch mehr Halligalli und... Ach, hat einer von euch mal diese Trans-Siberian-Orchestra-Videos gesehen, wo die Leute ihre Häuser total wild abfeiern. Ja, ja, ja. I'm going there. Ha! Okay, das war's. Tschüss!